hier leute ich bin es wieder markus von lapken gmdv ich bin heute wieder robert 2 und wir haben letzte folge haben wir das angenommen ähm hekker wie ich mich weiter erinnern kann und obutzes aber das war glaube ich vorher genau ist noch ein krieg gegen die quittre und da große armee wir haben immer noch nahrungsprobleme unserer stadt würde ich mal sorgen ich gehe jetzt mal dahin zur pamira dass da die die öffentliche ordnung wir kämpfen noch gegen die quittre müssen auch alamatu einnehmen und karmutas sind sie schon mal da und die nächsten feinde hatten wir noch letzten folgen haben wir noch gegen die gehabt gegen breuki aber die haben wir auch ziemlich leicht vertrieben jada wieder eingenommen genau da ist eine riesen armee da sollten wir vielleicht mal hingehen was gegen die machen sie am sturz macht demonstration der reich der reich müssen wir jetzt mal schnell wieder hin dann wieder öffentliche ordnung um die rebellen dazu mal zu besiegen ja dann haben wir noch da probleme mit nahrung nicht so geil ich kann auch nicht hingehen weil sonst fliege ich glaube ich in nahrung oder weiß nicht ich weiß nicht die haben wir jetzt da mal hin dass sie da hier nicht stirbt ja danke ja so geht es auch oder so geht es auch oder bänden wir die runde die erste runde schon mal genau final stand ist auch schon raus äh bei battlefield 4 hier ich will nicht mit pontos die wir waren Freunde doch nun müsst ihr das ist wahrscheinlich liegt mit uns hier schnell Tonausmauern nehmen sie kann ein langweil zu halten was geht jetzt ja dann wird hier und die lad hier bekämpfen sie hier ja und wieder ab oh mhm das ist jetzt da zu verteidigen das weiß ich nicht mhm sollen wir das spielen ja komm egal wo probieren wir es okay die haben silber aber die römer sind allgemein stark wahrscheinlich von da von da von da oder von da angreifen ich denke mal von da ich glaube nicht dass wir von der See weil wir keine Schiffe haben wir haben Schiffe die werde ich dann auch gleich ähm hier zusetzen weil es Schützen sind ja wir müssen hier hin müssen wir hier gleich so gut so die kommen da hinten so unsere Armee steht bereit die flog so die 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 kann man einfach hier rum. Was soll's? Legionäre! Legionäre! Ich erwarte eure Befehle. Halt! Halt! Legionäre! Gut. Wir werden diese Mauern halten, weil es uns die Götter zur Aufgabe gemacht haben. Eine wahrhaft ehrenvolle Aufgabe. Die Götter werden stolz darauf sein. Unterstützt uns Schiff in der Leid. So. Schnell. Okay, was machen die jetzt, die... ...Gegner? Nichts. Warte, die laufen. Oder? Ah ja, die laufen mit ihren... Die... Hey, die haben ja nur ein Ding, also müssen wir eigentlich nur das zerstören und dann war's das eigentlich schon. Oder nicht? Dann haben sie eigentlich schon automatisch verloren. Die Rebellen. Die Römer. Bis zum letzten Mal. Oh, schau. Die Römer. Bis zum letzten Mal. Oh, schau. Die Römer. Die Römer. Die Römer. Die Römer. Die Römer. Die Römer. Vorliste! Okay. Zerstört worden. Das ist voll hier unsicher, Alter. Hä, was ist denn das für ein Scheiß? Mal ohne Witz, das ist irgendwie übelst unsicher, wenn man angreift. Guck mal über die Berge und dann da ist man schon durch. Was hat das für einen Sinn, die Bruckwälder? Ist einfach alles zerstört, warum ist ja alles zerstört? Technik. So, alles zerstört ist. Wir könnten ein bisschen schnell laufen. Pfff. Schön in einer Linie. Männer, führt eure Abteilungen. Was ist das für einen Sinn? Boah. Das ist so weit. Zubefehl! Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Schuss, wir brauchen das für einen Sinn. Doppelte Geschwindigkeit! Der wird nicht vorerst bret Schnau, Schnau, Schnau Schnau, Schnau Zielen! Oh! Keine Chance, Alter! Man, der wird schon übelst abgeballert werden! Ja! Keine Chance, Alter! Oh! Wie viel Sperre da kann werden? Okay, jetzt kommen alle! Ich bin selbst! 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 Kommandant! Schnelles abschieren! Ich bin selbst! Ich bin selbst! Ich bin selbst! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht! Wow! Ich bin selbst! 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 Okay, gut, gut, gut. Stoffen der Geschwindigkeit! Sieg für rohrhutige Römer! Heizt zum Eis auf den letzten Mann! Feuert auf den Zeug! Legionäre! Antwaffen! Die Schuss sind von Terrierbereit! Lieben! Die Bezichtposition! Auf geht's Männer, kämpft! Alter, jetzt wird er gefüllt von dir. Sieh das! Alter, das ist einfach so ne... Ein Bad von den Gatelyn. eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht Fiebes! Jupiter gibt uns Kraft! Ein 5-6-8! 2. 5. 5. 5! 9! 9! Ich weiß nicht, die Röpult. Legionäre! Ok, da kommen wir durch, da werden wir zu gedrängt, da werden die zu gedrängt, alter! Untertitelung des ZDF, 2020